was ist cool also jetzt ein werwolf bin oder dass ich ganz alleine durch die mich dadurch geschlecht mit habt schaut euch das an die feiglinge haben hier wohl alles dicht gemacht nach dem spiel reingeplatzt ist man kann ihre angst ihr hättet nie herkommen sollen ihr werdet nicht gewinnen so da haben wir noch gold ok die triche ja das hat man dafür ein schild eisenschild näher das stahl schild von mir besser noch was jetzt noch ein sack aber ist leer natürlich auch gleich sehen können ach der zaubertrank das ist immer gut das ist immer jemand nein ist hier niemand nur jemand der aal klaut jedes mal auf die fallen ein objekte zaubertricke das mit der falle war auch blöd schaut euch das an die feiglinge haben hier wohl alles dicht gemacht nachdem es hier reingeplatten ist man kann ihre angst wir gucken trotzdem mal ob wir alles haben ja auch pilze mitnehmen hier drüben ja glaube ich sondern mal hier noch die litriche mehr kohl kohl kann man nie genug haben ich muss jetzt nicht in den chat schreiben das ist nur wie zu level was für ein elend habt ihr etwas gehört ja 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 komm hier kommt nein lauf du über die falle das alles was ihr könnt ich werde euch alles hier schnell beenden wir sind verloren wo wir ein schild hin denn da haben wir noch können verdammt der heiltrag ist weg wiederherstellung das war zu langsam ja ich weiß ich habe da nicht drauf ich habe die fisch geht gesehen die falle zu spät gesehen diesmal habe ich ja nicht ausgelöst der zweihandkämpfer der macht richtig der match ja 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 knoblauch irgendwann gegen vampire kämpfe dann habe ich knoblauch der typ hängt auch einfach so rum männchenfleisch ist ein toter oder dachte ich mir schon niemand den wir kennen dem geruch nach zu urteilen es gibt leute die den tier in sich verfallen wild werden so wie diesem armen kerl hätte es jedem gehen können wir sollten weitergehen da kann ich noch was kultes gielfell hinzugefügt was war das das kettmittel aber immer noch für uns ausnutzen die herstellung ja speichern ist nicht ist der relativ gute idee werde ich jetzt beim nächsten anlauf berücksichtigen schaut euch das an die feiglinge haben hier wohl alles dicht gemacht nachdem es hier reingeplatzt ist man kann ihre angst heute meint könntest du da mal gott ich bin gefangen wegen mpc hier ist irgendwo davon wir müssen ihn finden ja ok bis zum nächsten mal komm mir die ich komm weg da kann man denn irgendwie befehle geben dass sie da ich kann nicht mehr raus blöde kuh ich kann doch nicht mehr raus blöde kuh schaut euch das an die feiglinge haben hier wohl alles dicht gemacht nach dem vier reingeplatzt ist man kann ihre angst so jetzt weiß ich meine fehler und läuft direkt rein ich kann ja ich kann nicht mehr So, das wieder mitnehmen, das wieder mitnehmen, da drüben den Heiltrank. Das Problem ist, ich komme immer automatisch ins Schleichen rein. Das ist das Problem bei mir. Okay, speichern. Weil wenn ich jedes Mal, das Problem ist, wenn ich meine Taste rein drücke, mein Steuerkreuz, komme ich automatisch ins Schleichen. Den habe ich erwischt, haha. Kinderspiel. So wollte ich es die ganze Zeit machen. Jetzt aber schnell speichern. Ach nee. Okay. Der hat auch schon eine bessere Zeit erlebt. Jetzt habe ich gewonnen. Oh, das ist der nächste Fall im Bogenkippen. Der Tod erwartet euch. Okay. Vielen Dank. Ich bin doch einer von euch. Ich bin doch einer von euch. Okay. Ich lasse die Wehrwölfe vielleicht doch da erstmal drin. Ich dachte, die würden mich jetzt hier unterstützen, aber nein. Zudessen machen die Hakenfleisch aus mir. Denen können wir nicht mehr helfen. Ich will gar nicht daran denken. Ich werde euch vernichten. Ich werde euch vernichten. So, den Typen lassen wir erstmal da drin. Was war das? Entschuldigung. Kumpel, dir steckt da einen Fall in der Brust. Das hier schnell beenden. Nein. Ja. Ich werde euch wäre das zu weit her. Und wenn du in der Brust. Ja. nein warum sind manche kämpfe so einfach manche kämpfe so schwer oder dass die gleichen typen sind nein Komm schon! Mal sehen, was ihr drauf habt! Hi, ich wollte mich jetzt da nicht draufsetzen. Ich bin im Bogen. So. Äh, im Fall. Warum kämpfe ich dann nicht immer gleich? Ich dachte, ich kämpfe immer gleich. Was war das? Nichts. Oh, da sind zwei. Jetzt bezahlt ihr. Okay, ich zieh mich mal zurück. Okay. Okay. Okay, Waffe. Das ist wieder so eine Falltür. Fallentür. Komm schon. Komm schon. Ich weiß doch, darüber wird es auch. Aua. Okay, ich brauche ein bisschen Heilung. Okay. Komm schon. Komm schon. Take mir noch. jetzt ist er da drin wenn du das nicht so bist du zu? da ist er nicht so ist er nicht Was ist das mit dem Pfeil hier? Komm schon. Was war das? Nix. Glückwunsch. Ich weiß, dass du da bist. Kannst du mal ganz kurz da durchgreifen? Kannst du mal ein bisschen den Bann haben? Die Bannkolle ist. Janik, kannst du einfach mal ein bisschen durchgreifen im Chat? Danke. Wir sind verloren. Danke. Ist da jemand? Ist da jemand? Gut. Ich hab mir ne Schaufel mitgenommen. Gibt auch keine Schaufel. Geh. Gibt es? Ich hab es. Ich hab es. Was? Gah! 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 Gott! Ihr könnt euch wum- Ihr könnt euch wum- Gebt auf, solange ihr noch könnt! Gebt auf, solange ihr noch könnt! Gebt auf, solange ihr're! Gebt auf, solange ihr noch laws! Gah! Huft! Gebt auf gut rein! Gah! Gah! Gebt auf! Gebt auf! Ja! Gebt auf! Gebt auf! ja teilt reicht vollkommen das ist okay so ich spreche jetzt sicher haben wir einmal wieder ab mit der richtigen warte das kann sein wird szene bearbeiten ein bisschen nach oben bearbeiten fertig und weiter geht's so jetzt ist es glaube ich nachher mein nachher mit dem motto dahin was war das alles ihr hättet in euren mal ja 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 Kommt schon, zeigt mir, was ihr könnt. Komm raus, komm raus, wo immer du hochsteckst. So, der wär auch weg. Da hinten ist noch einer. Okay. Oh! 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 jetzt haben wir es geschafft, ich war hier stiller.